Hallo, hallo, hallo! Hier ist wieder ein neuer Sportvlog. Das da im Hintergrund kennt ihr ja schon mittlerweile. Das ist Tanja und wir arbeiten heute die App von Rosario Battaglia bei der Tanja im Garten ab. Mal gucken, ob das wirklich so Juhu wird. Ich bin ja momentan nicht fähig zu joggen. Das geht ja gar nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir machen was anderes. Hier ist vielleicht nicht so Atemnot angesagt. Mal gucken. Na ja. Also viel Spaß beim Zuschauen. Bis gleich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Das war's. 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 Das war's.